Wir haben mit einem kleinen, aber für uns sehr, sehr wichtigen neuen Bauprojekt angefangen und möchten euch auf dieser Reise natürlich ein bisschen mitnehmen und vor allem auch darüber sprechen, wie unsere Pläne sind bezüglich unseres Videorhythmus auf unserem YouTube-Kanal. Wir sind übrigens Anja und Ilan, freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben für diese Woche uns ein Projekt vorgenommen, welches uns sehr am Herzen liegt und zwar, dass die Schuhe hier mal verschwinden, weil wir eigentlich jetzt nach rund einem Jahr Eingewöhnung gemerkt haben, dass hier noch sehr viele Schuhe rumliegen und so fing das Ganze eigentlich an und daraus wurde dann eine Stauraum-Idee, die ich eigentlich ziemlich gut finde und die wollen wir euch jetzt mal zeigen. Wir sind jetzt hier im Badezimmer, hinter unserer Badezimmertür und hier haben wir auch das größte Potenzial gesehen, viele Schuhe auf kleinstem Raum unterzubringen. Man sieht das schon hier, wir haben ja bei unserem Haus mit einem offenliegenden Ständerwerk gearbeitet und punktuell immer nur verschlossen und das soll auch eigentlich so weitergehen. Das heißt, wir möchten in diesem Zwischenraum möglichst viele Schuhe unterbringen und auch hier noch eine Konstruktion finden, damit unsere Bademäntel nicht immer gegen die Tür prallen. Wir arbeiten ja mit einer Leichtbautür, dieser hier. Da ist es dann schon so, wenn die Handtücher an der Tür hängen, als auch die Bademäntel hier hängen, dass die Tür von alleine immer wieder zugeht und das öffnet natürlich nicht den Raum und wir wollen hier alles so gut wie möglich offen und luftig halten. Also haben wir uns Inspirationen auf Pinterest gesucht und was ganz Simples gefunden, was uns total gut gefallen hat und zwar einfach mit einfachen Brettern zu arbeiten. Ilan hat dann also mit der Kappsäge und unseren Reststücken vom Palonia-Holz verschiedene Balken mit 15 cm Breite zugeschnitten, im Winkel auch unseren Balken angepasst und dann haben wir das Ganze erstmal dran gehalten. Wir haben mit diesem Brettchen angefangen und erstmal überlegt, Mensch, wie könnte das denn ausschauen, dass hier hinter Schuhe verschwinden. So, und das ist jetzt erstmal nur das Brett. Wir haben das auch, das wird auch alles noch nicht festgemacht, weil die Hölzer noch geschliffen und lasiert werden müssen. Da kommen noch Bodenplatten rein. Wir wollen hier hinter auch, dass natürlich die gestrichene Wand nicht dreckig wird, gegebenenfalls nochmal mit unserer Klebefolie arbeiten, die wir hier auch am Waschbecken verwendet haben. Die lässt sich ganz einfach abwischen und wir müssen nicht jedes Mal neu streichen, spätestens im Herbst, wenn der Dreck dann auch wieder hier reinkommt. Ich habe jetzt einfach mal drei Paar Schuhe geholt, die hier zum Beispiel reinpassen müssen. Also hier war eigentlich direkt klar, dass wir nicht nur mit einem Regal arbeiten, sondern mit zwei bis drei, vielleicht die anderen Zwischenräume auch noch nutzen. Und zwar ist es dann so, dass man die Schlappen oder die Schuhe ganz einfach hier reinstecken kann und diese dann auch halten. Und das war für uns eigentlich die simpelste Lösung, die wir total klasse finden und haben dann gleich gesagt, alles klar, hier kommt dann gleich eine zweite Etage drüber. Und diese würde dann so aussehen. So haben wir auch noch ausreichend Platz, um die Schuhe rein und raus zu holen. Können die genauso auch auf dieser Etage dann reinstellen. Und das Einzige, was wir hier in dem Fall noch machen müssen, neben der Befestigung und dem Lasieren des Holzes und so weiter, ist unten noch eine kleine Bodenplatte reinzusetzen, jeweils, dass die Schuhe, gerade meine Schuhe oder Schlappen, auch nicht in der Mitte durchfallen. Also ich finde, das sieht ziemlich gut aus. Ehrlich gesagt, dafür, dass wir beinahe einen Schuhschrank gekauft hätten, ist das hier die eleganteste und vor allen Dingen die sparsamste Lösung, die wir hätten haben können. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, damit die Tür auch mal aufbleibt, weil die drückt sich immer hier gegen, wenn die Mäntel und die Handtücher und alles hier hängt. Und man kann hier eventuell auch, und das war dann eben die Weiterführung dieser Idee, auch mal Beutel reinstecken. Und dann dachte ich, warte mal, warum können wir das nicht mit den Zwischenräumen im Arbeitszimmer machen oder auch im Wohnzimmer teilweise, dass wir da dann quasi das wie Fächer auch benutzen. Dann kommt dann hier ein Boden rein. Und ich zeige euch mal, wie das dann aussieht. So haben wir das jetzt erstmal gemacht. Also hier kommt der Boden rauf, der wird dann hier verschraubt von oben. Und an der Seite können wir dann quasi mit dem Ständerwerk verschrauben. Und dann sitzt das eben auch fest. Da kommt ja nicht viel rein. Und es sieht wirklich sehr aufgeräumt aus. Muss man sagen, also das drin ist, ist das echt besser für den Kopf. Ich zeige euch jetzt mal hier, was ich meine, wie das dann hier auch aussehen kann. Es ist jetzt ein wenig zu hoch, aber es ist der gleiche Winkel, dass man hier quasi dann, ich weiß nicht, ob das Laptops sind oder Bücher, die man gerade liest, dass man das hier wunderbar verstauen kann. Vielleicht auch ein bisschen tiefer kommt mit dem Brett, dass das ein bisschen schmaler wird. Aber so von der Idee fand ich das so genial in dem Moment, weil wir hier auch keinen Platz verlieren. Ich meine, das nutzt man ja sonst nicht. Und visuell war es nur wichtig, dass es eben auf Augenhöhe immer noch, dass wir immer noch diese Weite zur Verfügung haben. Folgendes wird also noch die nächsten Wochen, in den nächsten Wochen passieren. Das Holz oder die Hölzer werden geschliffen. Dann werden wir sie lasieren. Dann sehen sie so aus. Und dann werden wir sie entsprechend befestigen, so wie ich euch das vorhin gezeigt habe. Und das Ergebnis werden wir euch auf jeden Fall dann auch noch zeigen. So, jetzt noch das letzte Thema. Das wird nämlich ein recht kurzes Video. Die letzten Wochen sind irgendwie sehr, sehr aufregend gewesen. Und es war immer sehr, sehr viel los. Daher sind wir auch nicht dazu gekommen, jetzt wöchentlich ein Video zu bringen. Ihr habt uns zum Teil auch in den Kommentaren gefragt, wie schaut denn das jetzt aus bei euch mit dem Videorhythmus? Ist das jetzt nach wie vor jede Woche? War das jetzt nur eine Ausnahme? Oder macht ihr zwei wöchentlich ein Video? Und wir haben uns lange darüber ausgetauscht und sind eigentlich im Moment zu dem Entschluss gekommen, und das ist für uns jetzt auch kurz vor der Geburt, wo wir noch so ein paar oder einige Sachen und Projekte zu Ende bringen wollen, dass es für uns eigentlich eher Stress erzeugt, wenn wir das Gefühl haben, wöchentlich ein Video veröffentlichen zu müssen. Ja, morgens Licht. Oh, jetzt kommt die Sonne gerade wieder rein. Genau, ein Video zu veröffentlichen und uns dann quasi mit dem Inhalt auch zu stressen. Das wollen wir nicht. Wir möchten gerne auch nicht versuchen, uns irgendwelche Themen aus den Fingern zu ziehen, bloß um eben diesen Rhythmus beizubehalten. Und es ist einfach total wichtig, dass es auch authentisch bleibt. Wir werden natürlich versuchen, nach wie vor wöchentlich ein Video zu bringen. Es kann aber auch einfach total gut sein, weil bei uns wirklich immer wieder was Neues kommt, was uns herausfordert, dass wir dann auch einfach für uns entscheiden, die Stimmung ist nicht gut. Wir haben jetzt keine Nerven, ein Bauprojekt zu starten oder euch irgendwas anderes zu zeigen, weil wir einfach emotional mit anderen Themen beschäftigt sind, dass dann einfach das Video ausfällt. Das ist, glaube ich, für die Stimmung für uns alle besser. Entschuldigung übrigens, dass ich hier die ganze Zeit rumtippen muss, aber die Sonne, die zwingt mich ja quasi dazu. Die Wolken. Die Wolken, okay. Ja, es gibt Schlimmeres. Auf jeden Fall ist mir das auch sehr wichtig gewesen, weil wir wollen ja auch den Spaß beibehalten, bei dem, was wir hier machen, damit wir nicht komplett aufhören irgendwann, dass es uns auch Freude macht und dass wir diese Freude mit euch teilen können. Es ist natürlich nicht immer nur Freude da. Das wisst ihr ja auch mittlerweile von uns. Wir hatten ja auch immer unsere Höhen und Tiefen. Jetzt nur um ein Beispiel zu geben. Wir haben zurzeit kein Auto. Das hat irgendwie den Geist aufgegeben aus irgendeinem Grund. Auf einmal plötzlich hatten wir einen Motorschaden. Es ist nicht mehr angesprungen. Wir haben jetzt einen Totalschaden. Es lohnt sich nicht, den Wagen zu reparieren. Und jetzt sind wir auf der Suche nach einem Fahrzeug. Und das kostet jetzt natürlich auch sehr viel Zeit, sich mit diesem Thema zu befassen und auseinanderzusetzen. Wir wollen ja auch ein sicheres Fahrzeug, auch für unser Kind. Und dann denkt man auch gleich natürlich immer in die Zukunft. Wir möchten dann doch auch gucken, dass wir thematisch auch bei dem Content bleiben, der mit The Tiny Difference zu tun hat. Und das ist eben Bau und Leben mit dem Tiny House. Und da ist es für uns auch immer wieder wichtig, neu abzuwägen, welche Themen teilen wir, worüber wollen wir sprechen, worüber wollen wir nicht sprechen. Weil was einmal draußen ist, ist immer draußen. Wir müssen uns einfach beide damit gut fühlen. Und so soll es auch weitergehen. Und genauso dynamisch wird es mit den Videos auch bleiben. Also seid nicht traurig, wenn es mal sonntags kein Video gibt. Wir haben auch gemerkt, dass über unsere Community-Kommentarfunktion das auch nur vielleicht eine Handvoll Leute lesen. Deshalb haben wir beim letzten Mal gar nicht darauf hingewiesen. Wenn euch das lieb ist oder wenn ihr sagt, hey, ich stelle mich darauf ein, dass sonntags immer ein Video kommt, wenn nicht, bitte schreibt es doch da rein, dann lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Dann legen wir da nochmal mehr Wert drauf, um euch da auch zu informieren. Ich meine, das Leben im Tiny House ist ja nun mal unser Leben. Also es hat auch sehr viel mit unserem Leben zu tun. Daher nehmen wir euch, wo wir können, gerne immer, immer gerne mit auf die Reise, aber wo wir auch ein gutes Gefühl haben. Ja. Ja, in diesem Sinne hoffen wir, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, hinterlasst uns gerne einen Daumen. Damit unterstützt ihr uns natürlich auch und diesen Kanal. Und ja, dann sehen wir uns eben in... Zum nächsten Video wieder. Genau, bis dahin. Tschüss. Tschüss.